so leute was für youtube freunde kleiner wochenrückblick warum klein weil ich diese war komplett krank war und nichts geschafft habe die besprechen ist auch das schulische zurückgeblieben und ich auch also mein uhr hat sich nach hinten gebildet oder schatz na ja auf jeden fall deswegen wird so einen kleinen ausschnitt gehen oder gab schon mal gucken wie ich das ganze schneiden werde der wird riesig ich hab gesagt er wird klein anscheinend doch riesig sorry leute sorry youtube freunde trotzdem möchte ich sagen dass online nack krank nicht so wirklich das wahre ist man kann nicht wirklich so viel mitmachen und es ist schon schwierig die motivation beizubehalten die ganze stunden sich nur ohne laptop zu sitzen und dann nicht wirklich mitzubekommen deswegen die macht man nicht so gut jetzt doch mal die gibt's oder die gibt's gewinnen heute den superbowl also nicht so wird krasser content kommen wir haben den superbowl wir haben mich wieder an der nack also dem schon wird auch wieder eine snackautomat vorgekommen also ihr seht es wird sehr viel passieren nächste woche es wird mega und dann auch noch weil die zeit wie konnte ich das sind fast nur vergessen also leute seid gespannt nächste woche wird und dann sehen wir uns nächste woche tschüss letztes wort also wir machen jetzt ein neues superbowl party superbowl wir haben ja jetzt american beer und ja ich tippe 34 30 für die tschüss Tschüss, dann bis zum nächsten Mal.